Ja und das sind wir wieder zu unserer kleinen Warfunder Gameplay Künstler so viel oder wie in der letzten Folgen Let's Play gesagt Kommt und jetzt blöd das Gameplay gesagt ganz klar Gameplay wenn wir jetzt aber nicht sicher egal mit Joel irgendwas was und ja ich bin schon in die Harte Bilder auf dem Flugzeug ich bin jetzt nicht so ein paar Sachen die wir mal gesagt haben dass wir sowas wie Gilde 2 Let's Play und Saints Row 3 und Saints Row 4 ja ja kommt noch Gilde 2 macht arge Probleme was das Aufnehmen angeht das geht 3 Minuten gut danach hängt sich Gilde 2 auf ja das ist leider so das ist ziemlich blöd dazu wurde ich eigentlich eh schon mal angeschrieben steht unter einem unserer Videos die Frage ja was Gilde 2 oder so habe ich auch schon mal beantwortet dass wir da Probleme haben wegen der Aufnahme leider 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 aber da kann man nichts machen außer in die Schlacht gehen und ganz viele böse Menschen töten weil wir uns aufregen sobald wir es hinkriegen natürlich machen wir es sofort und zu Saints Row ist das ist einfach zeitbedingt die sind riesig die Dateien das ist zeitbedingt das braucht ein bisschen und die Motivation ist teilweise nicht unbedingt da bei mir schon er will einfach nicht auf mich schon ah nein das ist einfach das ist ein super Spiel da sage ich nichts gegen das macht super viel Spaß aber zur Zeit wo wir das dann Bock hatten aufzunehmen haben wir so viel Saints Row 3 gesuchtet und das ist ja irgendwann ist dann genug Prozent auf mich zu schießen du Arsch das ist ja okay ich bin schon ich bin schon wo ich will mal zu Augen im A1 und sagt zu B auf ihr sehen du da starten kann einer ich will einer von denen annehmen ja Gott das sind so viele Feinde ja bei Alpha sind er voll viel gelandet und eine ist ins Wasser ganz Intelligenz er sagt nichts gegen Intelligenz sind die Intelligenz Leute die nicht starten können ne die können nicht landen wir fliegen ins Wasser rein ja klar Pilot ausgeschaltet sicher ja hui hey seh schnell weg hier das selbst halblich nicht mehr oder weniger recht schlecht egal das Fenstermodus hat sich mal aufgeladen nicht huu nein bin er gerade dran und versuche an Dungeon Keeper 2 das play zu machen kann sie gerne mitmachen aber das Problem ist ich krieg das ganzes Spiel nicht ins Fenstermodus gestartet das flugmanöver hättest du sehen müssen kannst du dir auch später mal anschauen um das ja flügel voll reingeflogen ich verliere den flügel und wer überlebt Arie wird schon richtig verschossen hier muss aber auch ein Arsch die Jürgen schützt jetzt fast noch überleben und sie haben die ich wollte nicht das hat so ausgesehen für die Begründung da war ein Motor ist der mein Motor ist verweckt die Wurzmann Notlandung glaubt er das hinkriegst Baggerstirn Kuchen Bagger Bagger Kuchen ich werde so oder so sterben sie bleibt nichts anderes übrig weil ich kein Motor mehr habe Motoren werden überbewertet ja und der Feinter was auf dem Zug flügt ist denkst du ja Gott ich würde nicht sterben okay das war es mit mir ey da steht so ein Feind auf dem Boden das gefällt mir aber gar nicht aber das ist gerade ekelhaft fällt mir bein, hat der Motor aus du scheiß Bamba ich bin gerade in ein Flugzeug reingeflogen das ist nicht explodiert was jetzt? ja da ist was auf dem Boden lag da hab ich drauf geschossen mich nicht reingestossen das ist nicht explodiert nein ich habe gerade mit dem Kumpel eine Menge mit dem Haufen geschossen stirb wow verdammte scheiße ich hab ein Spritlag und was was ich noch sehe wir werden auch mal besser aber so stirb du Bastards so dauernd ah verdammt das ist da irgendwas nichts wenn du uns jetzt hinterher in der Militen viel zerkehrflüxt dann kriegst du sein Öl ab echt? ja dann siehst nichts mehr das ist realistisch also so wie mich gerade die Feinde verfeilt haben das machen wir mal jemeln ja scheiße fast dann ich drehe bevor ich stirb reiß ich euch noch alle in den Tod mit ah die bring ich noch mit um ich bin euch schon so gut mit tot das ist mir auch wurscht das ist mir jetzt so was verwurscht ah scheiße he ein feindliches Flugzeug in der Bombe zerstört echt jetzt? das geht? Überraschung ah scheiße der stand so der stand so schön auf dem Flugplatz da habe ich ihn gerade abgeknallt ich kann mein Fahrwerk mit ausfahren dann musst du das wohl auch noch das Fahrwerk schaffen ähm ja ich glaube das schaffe ich gerade weee yeah ohne Fahrwerk gewinnt so gut na jetzt nochmal Ok, also wir waren im letzten Match auch schon mit Wieser. Komm schon, komm schon, werd repariert. Nein, also ich steh aufm, aufm rum. Ok, ähm, beschützt mich wohl und so, B. Ich hab nur halt leider nicht mehr ganz soviel Flugzeuge. Äh, meine Wege noch schlussend zu sein, ja. Heute wollte ich sagen, ich hab nur noch eins. Direkte, du Bastarda! Bastardo! Da war so einer zu landen! Komm schon! Du landest nicht, du Giftzwerg! Wie wohl immer? Stirb endlich! So, geh doch! Wir versuchen mehr als nur einer zu landen, also von denen her. Ah, sie schaffen's! Der Feind hat den Flugplatz eingenommen. Wir sind jetzt zeitlich zur Rümpfe erobern! Ah, Gott! Nicht mit mir! Wie! Geil, das flippt man nicht über von mir grad! Durch den Wald! Wie! Hast du ihn erobert? Yeah! Bam, bitch! So geht's! Nah, ey! Ich sitz einfach den Penner im Nacken! Yeah! Meins! Zum Notfall flieg ich ihn, flieg ich ihn voll in die Fresse! Ja, Diosd! Ihr Schlampen! Ah, scheiße! Ah, verdammt, verdammt, verdammt! Ah, mein Flugzeug ist abgestürzt! Ich bin ein Flügel so halb reingetroffen! Ah, wir werden alles gut bleiben! Ah, ich komm nicht mehr weeeeeeg! Au! dentro! Ei lebbe wa no! Ei lebe wa no! Haha, ich seh denn nicht? I am unbreakable! Beschütze mich, ich brauche nur eine Minute! 20 Sekunden! Aber das klappt schon! So, ich komm auf die Idee, komm nicht weg zum Trainer! Nein, bloß nicht! Mal schauen wie ich noch überlebe! Bis jetzt schaut es noch gut aus. Ja. Ich glaube, das sieht einfach keiner. Ja, ich bin aber irgendwie was der mit dem Kräher mit dem Band war. LOL! Weil mir fliegt gerade einer echt vorbei, der muss mir in den zieht. Du Arsch. Lack. Was macht der? Sturzflug? LOL, Kamikaze ist einfach schnisch gerade im Boden eingeflohen. Das musst du dann geben. Ah, ich bin ich. Oh Gott, da kommt gerade ein Geschwader, was mich töten will. Oh Gott, fangts n' Pastera ab, fangts n' Pastera ab, oder? Ja, die 20 Sekunden sollen vergehen, ich will nicht sterben, ich will starten. Oh Gott, oh Gott, ich werde so sterben. Ja, nein, nein, das schaffst du, das schaffst du, das schaffst du, das schaffst du. NOOOO! Nein! Der Wiese-Wixer! Ah, das ist bitter! Das ist bitter! Mh, mh, mh. Nur noch 10 Sekunden, was du dir vorstellen. Nur noch 10, scheiße Sekunden. Ja und dann BAM! Heff mir BOOM! So, wir werden auf Flughoff mit euch geschaffen. Weißt du, was cool wär? Da landet einer hinter dir. Ja, da landet einer hinter dir. Von daher. Nee, wenn, äh, das Kuop der, weißt du? Bei so zwei, bei so zwei gemandten Geschützten, einer ballert hinter dir. Oh, scheiße, scheiße! Wow, da ballert einer hinter dir! Hinter dir ist einer! Hinter dir ist einer! Hinter dir ist einer! Hinter dir ist einer! Sieh auch! Sieh auch! Du bist in den Wasser. Nee, der Pilot ist tot. Haha, scheiße. Alter, da hat man meinen Piloten ausgeschossen. Von ihm? Ja. Wie hat denn geschafft, deinen Piloten abzuknauen, die ich den, der hinter deinen Piloten setzt? Alter! Naja, wir könnten eh noch gewöhnen. Ah, jetzt bin ich. Stimmt, das musste runtergehen, oder? Scheiße. Scheiße auf die Bomben! Ah! Bitter! Ah! Ah! Einfach nur bitte! Kaufen, gleiche Waffen eine. Ah! Neuer Rumpf, alles verbessern! Ah! Gute Durchdruck! So. Ah! Bevor ich euch YouTuber in die Freiheit losse, um es nur zu schauen wie Scheiße sticker auf mein Schiff auf nur auf Taylor, zuerst! Eure Rumpf, der creatures Deutschland einmal reinkommen hat, dass Sie uns zu probieren sind. Nein, gerne. Dene Ahren hier. So, literally ganz gut, der Geschichte Wort war, der swallowed que persecute Reform in Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.